La 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 la. Ich höre gerade meine Schwester, wuhu. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr gerade meine Schwester im Hintergrund hört, wenn ja, entschuldige ich mich dafür, es ist eine Leiche. Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1.2.1 und zwar habe ich letztes Mal den Aufruf gemacht, ja Leute, ihr könnt mich ja mal anschreiben, wenn ihr meint, ihr seid besser als ich oder einfach mal zocken wollt. Jetzt habe ich das einfach mal gemacht und jetzt wollen wir mal sehen, was daraus wird. So, viel Spaß schon mal mit deiner Vergiftung. Ähm, Leute, ähm, wie gesagt, ihr könnt mich einfach anschreiben, dann machen wir das und mit dabei ist der Reeps PvP. Ich bin auch echt behindert, oder? Ja, komm her, komm her, komm her. Jo, hi Leute, komm her. Ich weiß, ich werde nicht kämen. Mein Gott, Alter, ich bin so scheiße. Ich weiß. No Lockback, Alter, nein, schmerz. Hashtag No Lockback, Hashtag Beste Leben, Hashtag Du bist gleich down. Hashtag Ich bin gleich down. Ja, komm her. Nein, ach, das, oh, das war skill move. Mhm, voller skill move auf jeden Fall. Oh, Alain Pilger, wie du miscreate das, was? Was? Alter, what the fuck? Okay, endlich mal ein richtiger PvP-Pane hier. Er hat auf jeden Fall nicht, äh, zu wenig versprochen. Endlich mal spannende Kämpfe hier. Oh Gott! Komm her, komm her, komm her. Ich weiß schon. Komm her. Jetzt hat, hab ich sich gleich. Ja, jetzt war's mit dir. Nein, nein, nein. TNT mit dir, TNT mit dir. Du musst blocken. Oh, die Map geht kaputt. Okay, ich bin jetzt ein bisschen low. Oh, ich bin richtig low. Du hast mich, ich lass mich. Easy get rekt. Okay, GD, ich hatte volle Herzen. Woo, easy get ten, hat nicht mehr Spaß. Okay, Leute. Leute, ähm, ich hab immer noch wie gestern ein paar FPS-Probleme, aber juckt mich nicht. Deswegen, ja. FPS-Probleme merk ich auch grad schon bei mir. Ja, liegt wahrscheinlich am Server, ne? Ähm, okay, komm mal wieder hier hin. Ja, gut. Hallo. Bing. Äh, zum. Boah, auf jeden Fall richtig geile Kämpfe hier. Finde ich auf jeden Fall nice, Leute. Okay, jetzt hab ich wieder keine FPS-Probleme. Liegt an der Lobby. Ach, fuck. Ich hasse solch sowas, ne? Oh, viel Spaß. Hier, viel Spaß damit. Oh, du, deine Scheißkirche. Ey, eigentlich mach ich sowas voll selten. Oh, also. Oh, das geht mir so auf den Saft. Wuhu. Das ist mein Verarscher-Kid. Au. Wer noch in der letzten, äh, wer noch in der letzten Folge geguckt hat, der weiß, dass ich, äh, hier in das Verarscher-Kid reingemacht hab. Hat er wohl wieder vergessen. Klick mich als erstes an. Ich will nicht mehr nochmal mit dem Verarscher-Kid spielen. Okay. Okay, lass ich meins machen. Zack. Alter. Auf jeden Fall richtig chillig, Leute. Oh, lol. Ähm. Jetzt, ab jetzt. Oh, Gott, bin ich scheiße. Bin ich behindert einfach? Viel Spaß. Oh, nein, bin ich blöd. Okay, jetzt hab ich keine Chance mehr. Ich, ich lebe von diesem Ding. Wuhu. Oh, ja. Was ist das eigentlich für ein Kid? Okay. Ähm, ich hab, ich mach immer so ein bisschen mehr, ähm, OP-Kids. Ja, ich merk's. Oh, Junge, ich hab grad so FPS-Jobb. Eigentlich, dürfte ich gar nicht aufnehmen. So. Aber, Leute, ist es mir relativ egal. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, Junge, ich hab richtig FPS-Probleme auch gerade. Ich hab nur 20 FPS. Was? Oh, shit. Ist nicht gut. Ähm, ist das? Nein, nein, nein. Fuck, 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 fuck. Diese OP-Kids regen so auf. Ich kann's gleich noch mehr ändern. Ja. Okay, GG. Ich hasse das, Alter. Ich hab grad voll FPS-Probleme. Oh, der 6 Herzen. Was, Mann? Das ist so kippend. Okay, Leute, kommt alle wieder hierhin? Ja. Hallo, hallo. Okay. Schickt mich an. Okay, jetzt gehen's wieder. Also, irgendwie... Ach, ich weiß, warum. Boah, wie lange lädt das jetzt? Also, Leute, wenn ihr gut im PvP seid, schreibt mich doch mal an. Ähm, dann ragge ich euch trotzdem. So. Ähm, okay, Leute. Let's... Ach, das Scheiße, das ist das Verarsch-Kind. Ich hab's schon vergessen. Oh, es mein eigenes Kind ist. Viel Spaß. Oh, nein! Ich werf ihm einfach einen Heilungstrang zu. Danke für die Heilung. Nein. Get rekt. Get rekt! Alter, fuck. Der Bogen ist so krass verbuggt, in den Tektgepäck. Ich muss weg. Don't worry about a thing. Oh, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Hintergrundmusik heute nehmen will. Oh, endlich keine FPS-Probleme mehr. Hättest du wohl gerne, ne? Ja, ja, ja. Nein! Wo ist meine Waffe hin? Wo ist meine Waffe hin? Meine Waffe ist weg! Meine Waffe ist weg! Kein Witz! Meine Waffe ist... Ich weiß, ich hab die angezündet. Ach, da ist sie wieder. Uh! La, 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 la. Ich hör gerade meine Schwester. Woohoo! Ja, GG! Leute, richtig geil, Alter. Also, ich... Äh, 3 zu 0. Also, dann würde ich doch auf jeden Fall nochmal 3 rausholen. Komm. Jetzt weiß es mir. Ich geh es mal ein bisschen schlimm. Komm, hier, nimm an. Okay, nice. Leute, ähm... Alter, richtig geile Kämpfe auf jeden Fall hier. Es ist immer relativ knapp, eigentlich. Lol, ich brenne. Was? Auf dieser Map kann man eigentlich gar nicht brennen. Aber na gut. Er schafft es einfach trotzdem. Läuft auf jeden Fall. Hier, viel Spaß damit. Nee. Scheiße, Mann. Oh, das ist doch noch getroffen. Ja, nice. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr gerade meine Schwester im Hintergrund hört. Wenn ja, entschuldige ich mich dafür erst einmal. Oh, Leute. Wuhu. Hier, warte mal kurz, wenn hier. Lea, kannst du mal eben kurz die Tür zu machen? Yes, GG. Hey, Leute, professionell. Lass es, Leute, ich bin so schlecht. Oh, danke. Okay, sie hat die Tür zugemacht. Jetzt mach! Ich werde aggressiv. Ich werde aggressiv. Nee, Spaß, okay. Bester Bow. Hast du es von irgendeinem, hast du es von irgendeinem Kind, also, genommen oder ist es dein eigenes? Ist mein eigenes. Okay, nice. Nies. Ja, ich bin so geil. Das ist ganz klassisch, würde ich sagen. Oh mein Gott, das ist mein absoluter Tipp. Leute, setzt ihn ins Wasser und dann mit TNT. Es bringt nämlich vor allem sehr viel, wenn man das TNT total schlecht platziert und es einfach nicht drauf hat. Boop. Oh, Leute, bist du aber abgeschlappt von mir? Du schwachst bei mir auch gerade richtig rum. Wuhu. Ah, ist nicht mehr. So kacke. Also, es hat voll gelegt von mir. Ja, ich hab voll. Oh, shit. Ich will auch was schlappen. Oh, shit. Warte mal, ich lass dich erst einmal so, wenn es hier leckt, dann ist es natürlich richtig langweilig. Ja, korrekt, danke. Ist natürlich... Ah, warte mal hier. Schnelligkeitstrank erstmal reinsnacken. Oh, das liebe ich. Okay, ich bin wieder bereit. Ja, ist okay. Ganz klassisch. Bereit, einen Vergiftungsdrank zu kriegen. Nee, oder? Hast du ihn nicht bekommen? Nichts ja. Nee. Oh, ich glaub, mit Schnelligkeit ist es noch schwieriger zu spielen, Alter. Vor allem, wenn man kriegt dann richtig FPS-Drops. Okay, das könnte sogar mal für dich erscheinen. Ja, gewinnst du es, Alter. Hä? Wo bist du? Du bist bei mir in der Luft. Don't worry about things. Du bist die ganze Zeit bei mir in der Luft. Oh, danke, dass du mich geheilt hast, auf jeden Fall. Der hat mich geheilt. Was? Okay. Bestes Kid auf jeden Fall. Ich kann nicht verstritten, was? Lol. Lol. Wenn du wüsstest, Alter. Ich muss recken. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Hä? Toll, Alter. Bei mir leckt das einfach so krass. Leute, halt bis jetzt. What? Lol, ich bin schon draußen. Okay, läuft. Geil, auf jeden Fall, Leute. Geil. Geil, geil. Okay, nochmal da. Ist auf jeden Fall nice. Kann man hier eigentlich pingen sehen? Schrecklich ping. 44 ms. Das ist eigentlich saugut für mich. Ja, meins auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ach so, oh, sorry. 87. War schon. Kein Problemchen. Kein Problemchen. Äh, okay. Los geht's weiter. Es gibt aber auch so Leute, die dann halt, wenn die die ganze Zeit verlieren, sagen, oh, du Hacker und so ein Dreck. Und so welche möchte ich gerne nicht hier haben. Da ist es natürlich schon ziemlich nice. Weil so welche Aufnahmen nehme ich dann auch nicht. Oh, läuft bei dir. Oh, shit. Und hier noch einen leckeren Trank. Ey, nee. Nee. Er gibt mir immer den Gift dran. Ich mag den. Don't worry about the thing. Du Arsch. Hast du schon wieder vergessen? Nein, fuck. Komm her. Ich soll gerade Laber droppen. Scheiße. Oh, okay. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Runden, weil es sind gerade mal acht Minuten am aufnehmen. Für euch sind es wahrscheinlich noch weniger, weil ich noch Katz reinmachen werde. Los, mach! Und, ähm, das Community Server Video. Ich weiß, ihr wartet alle drauf. Es kommt morgen. Morgen, Leute. Es kommt morgen. Sorry. Oh, Gott. Get dragged, Digga. Ich bin jetzt. Get dragged. Ise. Nein. Oh, mein Gott. Was zu hören. Ich drehe mich einfach fix an, wenn er kann. Gewehr. Ach ja, scheiße. Ich habe es schon wieder vergessen. Nein. Diesmal habe ich es vergessen. Nein. 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 Ich glaube, ich muss noch mal mein Kind ändern. Nicht Spaß. Okay, Leute. Wo bist du? Klick. Das ist also voll in PvP-Skin. Eigentlich habe ich hier mehr erwartet. Nee, Spaß. Wenn du jetzt noch im Chat It's, 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 Reap's PvP XX heißen würdest, dann würde ich... Dann würde ich dir auch abkaufen, dass du PvP immer hast und es aber nur Reap's PvP ist ja langweilig. Ach, scheiße. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber trotzdem viel Spaß damit. X. Uuuh. X. 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 HD. Äh, HD. Ne. Mann. X. Ich werde daran verrecken. Ich werde eiskalt daran verrecken. Jetzt hast du einfach den Geist dran. Loll. Ich habe einen Schaden bekommen. Loll. Wer hat sie noch gegeben? Du Schlingel. Ne, komm her. Nein. Ich hatte die ganze Zeit noch ein bis jetzt. Deswegen war ich so leise. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Läuft auf jeden Fall. 2 zu irgendwas. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall. Er holt gerade auf. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch ein bisschen weiter. Loll. Okay. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch zwei Runden. Oh, weil ich nämlich jetzt gerade meine FPS wieder normal habe. Deswegen würde ich jetzt eigentlich sagen, ich mache noch ein bisschen mehr. Weil, wenn FPS normal sind, dann ist das für Zuschauer natürlich besser. Oh, scheiße. Oh, gg. Auf jeden Fall richtig geil, das Pack. Ich finde, es sieht schön aus und es lag bei mir nicht. Also, das ist schon nice. Besser kann es ja eigentlich nicht gehen, ne? Schluck. Was? Ich habe nicht gesehen, wie du mich damit gemacht hast. What the fuck? Viel Spaß. Ja, guck mal. Hä? Ich brenne selb? Ach man, deswegen. Oh Gott, du hast mich viel angezündet. Besser los bei dir. Pff, ich heile mich einfach nicht mehr. Läuft. Loll. Loll, Alter. Loll, was war das? 3 zu irgendwas. Ach komm, wir müssen jetzt noch. Das ist jetzt die letzte Runde. I'm intense. Irgendwie habe ich den Namen schon gehört. Wollen wir mein Kit oder? Ja doch, dein Kit. Warte, ich breche ab. Jo. Ne, ich habe Team-Anfrage geschickt. Scheiße. Machen wir dann. Ne, wir machen jetzt keinen Team-Cup zum Schluss. Das mache ich mal. Slash L, äh, ich glaube Slash L, äh, Slash L. Oh, scheiße, ich habe gerade so. Slash L. Ne, egal, dann gehe ich einfach kurz in den Kit-Bereich, dann geht das auch weg. Okay, ganz nice. Zack, okay. Und jetzt. Loll. Loll. Hä? Loll. Okay, läuft auf jeden Fall, aber dafür. Ah, die Map finde ich schön, muss man sagen. Oh, wir müssen direkt gucken, oder? Oh mein Gott, das könnte jetzt der spannende Final-Kampfwein hier. Sehr, sehr korrekt, auf jeden Fall, dass du mich, ähm, wenn ich halt legge, dass du mich halt noch lässt. Ja, ja, das finde ich, finde ich halt ein bisschen scheiße, wenn man auf einmal down ist. Ja, ich habe mal wieder den Bug. Ey, es ist nicht zu fassen. Ich habe schon wieder den Bug, dass ich die Hose nicht mehr in dem Invent habe. Was regt ihr hier auf? Die Hose, mein Scherz, die Hose des Todes. Ja, ich komme. Jetzt reicht's. Direkt auf Skype auflegen, der Scherz. Okay, nein, Spaß. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich mal ein Gegner, der wirklich mir würdig ist, nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall. Leute, wenn ihr, ich glaube aber trotzdem im Nachgenein war ich ein bisschen weiter vorne, aber er hat mich zum Schluss noch ziemlich gerackt, muss man sagen. Ähm, wie sie gerackt. Also, ähm, ja, wer noch mehr mit ihm sehen will, kann ja einfach mal läuten, weil eigentlich so spannende Kämpfe sind ja auch viel besser zum Zuschauen. Und, ähm, ja, schlagt mir weitere YouTuber vor und schreibt YouTuber in den Chat. Wenn ihr selber YouTuber seid, dann schreibt natürlich auch was in den Chat. Ähm, ich werde jetzt natürlich keine Abonnentenzahl vorlegen, weil, was bringt das mir, dass ich irgendwie Abonnentenzahl vorlege? Ähm, und deswegen einfach nur gutes Mikro haben, das ist meine einzigste Vorgabe, Leute. Okay, Leute, das war's. Tschüss. Tschüss.